Ich bin Michael Pollack, Erfinder dieses Topspin-Trainers. Haben Sie keinen Partner, dann gibt es eine andere Möglichkeit. Das ist ein Tischtennistrainingspartner, den ich Ihnen jetzt erklären möchte. Ich bin Michael Pollack, Erfinder dieses Topspin-Trainers. Ich bin Michael Pollack. Ich bin Michael Pollack. Ich bin Michael Pollack. Ich bin Michael Pollack.